Heute geht es um das Thema Liebeskummer und die Bändertrennübung, also Erfahrung einer Zuschauerin damit. Eine sehr regelrecht magische Übung. Ist auch in meinem Modul 0 natürlich drin, Liebeskummer. Und ja, ich wollte mal am Anfang bitten, die Hälfte gucken ja immer so, ohne mal auf den Abo-Knopf gedrückt zu haben. Ich könnte mich damit sehr unterstützen, dass ihr es einfach mal macht. Oder ich freue mich auch mal sehr über die Leute, die mal Kanalmitgliedschaft abschließen oder mal so ein super Thanks dalassen oder so. Ich überlege immer noch, ob ich meinen Kanal mal einen Großteil der Videos irgendwie auf Patreon mache, hinter eine Paywall. Aber irgendwie finde ich es auch cool, das so weiterzumachen, wie es bisher ist. Aber da brauche ich eure Unterstützung auf jeden Fall. Ja, wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du aber ein Formular auf libysche.de machen, eine Zuschauerin. Und sie schreibt, lieber Christian, ich feiere deinen Kanal, deine Arbeit, habe all deine Bücher gelesen, fast alle Videos gesehen und arbeite nämlich gerade durch die Kurse auf libysche.de. Seit ich dich entdeckt habe, merke ich, dass ich inhaltlich viel stärker geworden bin und habe so eine Art inneren Frieden gefunden. Oh, das ist doch schön. Großes Dankeschön dafür. Ich bin eine alleinerziehende Mutter in den 40ern von zwei Teenager-Kindern und pendle Zeit meines Lebens zwischen Plus und Minus wohl. Es ist immer das eine oder das andere Extrem, aber in Summe bin ich wahrscheinlich eher ein bisschen mehr im Minus. Bis mir das Universum vor sieben Jahren meine größte Aufgabe schickte, die ich nur dank der Hilfe lösen konnte. Über Tinder Lee lernte ich einen Partner kennen, der 130 Kilometer entfernt lebte. Seine Kids lebten teilweise bei ihm, teilweise bei der Mutter am gleichen Ort. Von dieser war er zwar getrennt, als wir uns kennenlernten, aber auf der emotionalen Ebene war nichts geklärt zwischen den beiden. Er bezeichnete sie als Narzisstin und total Psycho. Ja, das ist immer nicht so, was man haben will. Ich meine, es ist ja auch en vogue mittlerweile, sich so zu titulieren und vielleicht ist es ja auch, war es ja auch schwierig. Aber ich kann nur immer sagen, ohne jetzt den hier zu kennen, den man natürlich, dass auch die Leute, die selber eher auf der Täterebene, sag ich, sind, die sagen auch immer, dass der andere Narzisst und Psycho war. Also, das allein heißt gar nichts. Aber gut, auf jeden Fall aus einer dramatischen Beziehung. Als ich zwischen, sorry, als ich das erste Mal bei ihm zu Besuch war, fuhr sie zufällig an seinem Haus vorbei, sah mein Auto, ortsfremdes Kennzeichen und stürmte kurz nachher die Wohnung. Okay, das ist echt ein bisschen Psycho, Anführungsstrichen. Mit der Tochter im Schlepptau, der sie erklärte, schau dir die NUTTE an, dir den Papagat wegnimmt. Drama, Drama ohne Ende. Und wenn man so ein Drama gehen hat, so sehr man auch darunter leidet, ist es so, ach, Drama, Drama. Es ist verrückt, wirklich. Er stand nur bedröppelt daneben. Ja, was heißt bedröppelt daneben? Er sorgt nicht dafür, dass ihr eine sichere Date-Umgebung habt. Ich meine, das ist nicht nur die Frau, es ist auch er, der keine Grenzen setzt und der Frauen seiner Ex nicht mal ordentlich Bescheid sagt, was sie da eigentlich macht irgendwie. Und wie gesagt, das kann vielleicht mal einmal passieren, aber wenn es zweimal passiert, dann hast du einfach jemanden, der bestellt dir keine sichere Umgebung. Und da hast du zwar wieder schön Drami, Drami, aber ist halt nicht safe. Heute weiß ich, dass ich in dem Moment so schnell wie möglich das weiter hätte suchen sollen. Ich sage nicht, das hast du nicht gemacht. Okay. Aber er tat mir so leid, dass ich ihn tröstete. Und ab da war ich mittendrin in einem ganz perfiden Dreieck. Da ist ja wieder das Dreieck-Lieh. Das ist ja auch, also ihr sollt euch da ja auch nicht raushalten aus mangelndem Mitgefühl. Natürlich ist das scheiße für den Mann. Aber sondern, ja, also man kann da Mitgefühl mit haben, aber es ist einfach jemand, der keine Grenzen setzen kann und der ist nicht safe, wie in SLAA mal gesagt wird. Keine sichere Person irgendwie. Ja. Und die ziehen dann immer gerne in die Liebesucht rein. So. Sie hatte regelmäßig solche Aussätze und der ließ sie alles durchgehen. Genau das meine ich. Keine fucking Grenzen. Und das ist auf eine Art genauso toxisch für sie sich verhält, dieses keine Grenzen setzen. Und habe ich auch schon erlebt in meinem Dating-Leben andersrum. Und ja, wenn dann der Ex immer auftaucht, plötzlich... Ja, es kann passieren, ist menschlich, aber fragt man sich schon, was soll der Scheiß, ne? Was soll der Scheiß? Und machst du, ja, einfach keine schöne Dating-Erfahrung, ne? Und sollte man sich einfach, wie gesagt, sollte man jetzt niemanden für fertig machen, dass das so ist oder das so allgemein bewertet. Aber man kann es ja für sich bewerten und kann sagen, naja, sorry, möchte ich nicht... Das möchte ich nicht haben, ne? Oh, jetzt wird es auch nochmal richtig krass. Okay. Also er ließ sie alles durchgehen aus Angst, sie immer noch mehr zu provozieren und dann zu riskieren, dass sie einen Frust an den Kids auslassen würde. Es gibt keinen Grund, einem Menschen, der sich daneben nimmt, nicht Grenzen aufzuzeigen. Auch nicht Kinder. Was sollen die denn lernen, wenn die sehen, Eltern halten sich völlig out of order? Das ist doch immer so mit dieser Angst, diese Angst, diese Angst. Damit halten sich oder werden Co-Abhängige gefügig gehalten, so, ne? Mit dieser Angst, ne? Aber was soll schon passieren, ey? Mein Gott. Also es ist auch egal, was auch immer sie da jetzt macht, aber es gibt keinen Grund, meiner Ansicht nach gibt es keinen Grund, keine Grenzen zu setzen. Man kann ja für sich sagen, ich möchte das einfach nicht. Und wenn sie dann die Kinder nicht gut behandelt, dann muss man halt gucken, was man dann macht. Aber es gibt keinen Grund, sich da erpressen zu lassen, so, ne? Dann gab es wieder Tage, in denen es total harmonisch war zwischen den beiden. Ja, das ist mega toxisch, wenn das so hin und her geht. Das ist mega toxisch, ja. Das sollte man auf gar keinen, das ist auf definitiv ein Dreieck dann, ne? Äh, die Stimmungslage bestimmte immer sie. Äh, und er war dann einfach mal nur dankbar, dass es gerade mal keinen Terror gab. Nee, er macht volles Fund mit. Dein Ex, volles Fund mit. Also, würde ich aus heutiger Sicht, Lichtgeschwindigkeit wäre ich da raus. Wirklich. Ohne Scheiß. Nicht, weil irgendjemand böse ist oder so. Einfach so, ne, sorry, Leute. Macht euren Scheiß alleine. Kein Bock auf Drama. Kannst dich melden, wenn du das geklärt hast. Wenn ich dann noch auf dem Markt bin, können wir weitergucken, aber, ne. So, mir hat das natürlich nicht gefallen. Sie durfte mich an einem Tag als NUTTE bezeichnen und er hat dir das immer durchgehen lassen. Ja, aber da hast du auch du, das weißt du aber auch, ne? Hast du auch du keine Grenzen, ne? Muss ich echt sagen, ne? Das, ähm, ihr müsst, also eigentlich alle für fast, also für 98 Prozent der Leute, die mir schreiben, gilt eigentlich, ihr müsst viel härter sein, viel kälter auch, ne? Viel neutraler und wirklich, äh, dass das Universum belohnt ist einfach nicht, wenn ihr immer so weich seid und, und so nett anstellen, wo es einfach zu nichts führt, ne? Man kann ja nett sein hinter einem gut gesicherten Gartenzaun von klaren Grenzen, aber, äh, ja. Also ich, kennt ihr diesen, dieses Wheel, ähm, da ist, sieht man so eine Frau und dann sagt dir jemand, aber wir haben sie leider, wir haben leider einen Fehler gemacht, wir haben sie falsch behandelt, sie haben nur noch zwei Tage zu leben und dann sagt die Co-Abhängige Frau, das macht doch nichts. Totgelacht, wie ich das gesehen habe. Ja, und das ist ein Stück, Stück Wahrheit, so, ne? So, am nächsten Tag tranken die beiden gemütlich zusammen Kaffee. Ja, sorry, das ist, wahrscheinlich hast du mich da noch nicht gekannt, aber das ist so ein krasser Dealbreaker, fick ich. Sollen sie doch machen, aber ohne dich, ne? Das können sie ja machen bis ans Ende aller Tage, aber nicht mit dir, ne? Wenn ich dazu was sagte, war ich, war ja immer sofort extremst genervt und meinte, er habe schon genug, er hatte schon, er hatte schon eine Psycho-Frau im Leben und wollte mit mir ausschließlich eine schöne Zeit und keine problemorientierten Gespräche. Ja, also bei ihr lässt alles durchgehen und du darfst nicht mal Piep sagen, ne? Aber so ist es eigentlich so, äh, immer auch hier wieder der absolut normale Ablauf. Schnell gerieten wir in eine total ungute Konstellation mit einem, was dazugehört. Ich hielt das dreieinhalb Jahre aus. Alter, Falter. Aber irgendwann trennen wir uns schließlich. Danach zwei Jahre Funkstille, in der ich eigentlich zur Ruhe kam. Aber trotzdem noch viel nachgedacht und die Schuld hauptsächlich bei mir suchte. Wenn ich nur cooler gewesen wäre, wäre alles gut gewesen. Also das war schon mal so ein Gedanke. Irgendwann kam es wieder, äh, ein Kontakt zustande und wir suchten einen Neustart. Ja, das hat bestimmt jetzt viel besser geklappt, das kennen wir ja. So, mal gucken, was diesmal passiert. Das Verhältnis zur Ex dann nur entspannt. Sie hatte einen neuen Partner und erschienen auch einige Dinge eingesehen zu haben. Und war nicht mehr so krass minuspolig. Ja, ist ja nur zu dir so minuspolig. Zu der Frau ist ja extrem pluspolig, ne? Ja, sie hat zu diesem Zeitpunkt schon deinen Kanal entdeckt und geschworen, die Sache zu beenden, sobald wir in alte Muster verfallen würden. Okay, ein paar Wochen lief es gut. Dann ging es schnell wieder bergab. Puh, ich erhielt wenige Wochen später eine schlimme Diagnose. Puh, okay. Das ist ja auch krass. Er beteuert für mich da zu sein. Und solange es nur darum ging, einem Blumenstrauß im Krankenhaus zu erscheinen, war es auch so. Ja, ich kann das nicht belegen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass es so Forschungen dazu gibt, aber was man immer wieder hört, das ist allerdings hier nicht der Fall. Das ist so toxische Beziehungen, dass so die Entzündungsneigung im Körper zu steigern scheint. Also alles, was mit Itis hinten dran ist, so. Aber eins kann ich auch immer sagen, gesund ist das nicht, diese Art von Beziehung, ne? Das geht wirklich auf den Körper, auch wenn man im Einzelfall das nie sagen kann, ob das irgendwas damit zu tun hatte, ne? Also jetzt in diesem Falle, ich will jetzt da nicht so viele Details vorlesen, ist das sicherlich auch fraglich, sehr fraglich. So, als ich in dieser Zeit jedoch die freundschaftlichen Besuche der Ex-Frau, ja, es ist einfach unfassbar. Das zieht sich ja durch praktisch alle Mails, die ich bekomme. Und es ist auch meine durchgängige Erfahrung. Es gibt einfach keine Veränderung in diesen Beziehungen. Also wenn es eine Veränderung gibt, dann nur zum Negativen. Aber es wird nie besser. Deswegen kann man bei toxischen Beziehungen immer so leicht zu raten, weil es einfach immer das Gleiche ist, so, ne? Immer das Gleiche, ne? Es ist so unfassbar, wirklich, ey. So, aber wie gesagt, ich meine, eigentlich hättest du hier schon wieder gehen müssen, so, ne? So, und da muss das ganz klar definieren, was geht und was nicht geht. Ich meine, aber das ist eh ein Lust-Case hier, ne? So, die beiden, da ist halt eine, der Trennung eine Freundschaft entwickelt und sie kamen und gingen in seinem Haus unangemeldet, unangemeldet, wie es ihr gefiel. Aber zufällig immer nur dann, wenn ich nicht da war. Mir gefiel das nicht, da ich aus der Vergangenheit noch einige Rechnungen mit ihr offen hatte und mich hintergangen fühlte, wie er mit ihr oft gut Freunden machte. Da ich ihm den Kontakt aber auch nicht verbieten konnte und wollte, schlug ich vor, dass wir uns mal zu dritt oder zu viert mit ihrem Freund treffen sollten, um die Geister der Vergangenheit zu vertreiben. Dieser Vorschlag wurde abgeschmettert, lächerlich gemacht. Ja, mehr musst du ja nicht wissen, ne? Äh, er sah darin kein Problem. Ja, ich weiß nicht, was du an ihm findest, ob er irgendwie Brad Pitt ist oder was. Ich, äh, das ist alles völlig indiskutabel, ne? Wirklich. Was ist denn das Gute an ihm eigentlich? So, kleine Frage. Äh, außerdem könnte er nichts dafür, wenn sie spontan vor der Tisch steht. Doch, er kann was dafür, er lässt dieses Spiel laufen und damit ist er einfach kein geeigneter Pater, kein Boyfriend-Material, ne? Hm, verstanden nicht, warum ich eins hatte. Sie ist die Mutter der Kinder. Ja, ach, dieses Diskutieren bringt ja immer nichts, gar nichts. Außerdem kriegt er nichts dafür. Als ich ihn bat, während meiner Krankheit derartige Unruhe von mir fernzuhalten, oh, das, sowas kann man auch total vergessen, ey. Reagierte er total ungehalten. Ja, wie kannst du, obwohl du totkrank bist, wie kannst du irgendwelche Ansprüche haben? Das kann nur die Ex-Frau. Ja, ja. Richtig gesund hier alles. Also, das Gesündeste, was du da machen kannst, ist, sich da rauszuhalten. Das muss man in ausreichend Beziehungen sagen. Also, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich kann mal keines nie sagen, ob einen das körperlich krank macht, aber dass es eigentlich gesünder macht, solche Beziehungen, das kann man, glaube ich, sagen, ne? So, reagierte er ungehalten und wir hatten immer öfter endlose, energiezährende Tox-Diskussionen. Er wollte mein Problem partout nicht einsehen und unterstellte mir krankhafte Eifersucht. Na, was soll man dazu noch sagen? Die Schulter am Auseinanderdrift unserer Beziehung sieht er alleine bei mir. Ich wusste da schon, dass ich dringend aus dieser Beziehung raus muss, insbesondere vor dem Hintergrund meiner Krankheit. Ich brauchte meine Energien, um gesund zu werden und zu bleiben und nicht für diesen toxischen Scheiß. Schaffte es aber dann auch nicht, Schluss zu machen, war innerlich total zerrissen deswegen. In dieser Zeit habe ich exzessiv gehemschemeiert. Das gab mir den Schub, den ich brauchte, um endlich Schluss zu machen. Hemmschemeiern, wer es nicht weiß, es heißt, glaube ich, dass man nächtelang die Videos in Endlosschleife guckt. Das gab mir den Schub, den ich brauchte. Ich gebe zu, dass die Schlussmachphase ein dreimutiges On-Off-Drama war. Ja, das ist nicht so selten. Währenddessen wir plötzlich die Rollen tauschten. Irgendwann habe ich dann die Bänder-Trenn-Übung im Liebeskummer-Kurs gemacht. Ein Game-Changer. Seitdem schaffe ich es problemlos, nur Kontakt konsequent durchzuziehen. Diese Übung ist magisch. Das ist eigentlich von der ganzen Anlage her so eine spirituelle Übung. Sie sagt, findet ihr ein Modul 0. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob die dann doch auf der psychologischen Ebene wirkt. Aber ist ja egal. Hauptsache sie wirkt. Die gibt es, glaube ich, auch schon seit Ewigkeiten, wirklich. Und ja, ich finde sie aber trotzdem magisch, weil ja immer wieder, wenn man diese Bänder trennt, passieren die merkwürdigsten Sachen, dass sich wirklich genau eine Stunde danach oder einen Tag danach sich wieder jemand meldet, der sich lange nicht gemeldet hat. Und die Übung ist wirklich magisch. Magisch, wirklich. Da kann man echt ein Faible kriegen fürs Spirituelle, wenn man das mal erlebt hat. So. Es fällt mir überhaupt nicht mehr schwer. Klar denke ich immer wieder über alles nach, aber Gedankenkreisen nimmt nur nicht mehr 90 Prozent meiner Gedanken an, sondern nur noch 10 Prozent. Tendenz fallend. Gute Arbeit. Ich gebe zu, dass ich skeptisch an diese Übung herangetreten bin, weil ich ein sehr rational analytischer Mensch bin und an solche Sachen eigentlich nicht wirklich glaube. Aber es war schon eine fast magische Erfahrung, die ich jedem ans Herz legen möchte. Hört diese Worte. Man kann es ja einfach mal ausprobieren. Wenn es nichts bringt, bringt es nichts. Aber oft ist es so. Vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob ich das ohne dein Input geschafft hätte. Liebe Grüße. Und konnte leider zur Lesung nicht kommen, weil ich krank war. Ja, ich wünsche dir alles Gute, dass du hoffentlich, wenn das nicht schon der Fall ist, komplett genießt, sowohl von deiner körperlichen Erkrankung als auch von toxischen Beziehungen. Und wir hören uns bald wieder.